Nach der umfangreichen Umgestaltung ist die Filiale der Hypovereinsbank wieder für ihre Kunden geöffnet. Die neue Leiterin des Firmenkundenteams Cornelia Wenzel und ihre Kollegen betreuen dort Geschäfts-, Firmen- und Privatkunden zu allen finanziellen Belangen. Mein Name ist Cornelia Wenzel, ich leite hier das Firmenkundenteam an den Standorten Neunerstedt und Ahnsburg der Hypovereinsbank. Ja, was ist unser tägliches Geschäft? Wir betreuen unsere Geschäfts- und Firmenkunden in allen ihren finanziellen Belangen. Das heißt, es fängt an mit der Anlage, dem Girokonto, gegebenenfalls die Finanzierung von Investitionen oder auch Betriebsmitteln und hört gegebenenfalls auch dabei auf, wenn der Kunde ins Ausland gehen möchte. Das heißt, wenn der Kunde Geschäfte im Ausland tätigt. Das läuft bei uns unter dem Thema Internationalisierung. Also, wir sind eine der modernsten Banken hier am Standort. Unsere Filiale wurde komplett modernisiert. Wie Sie auch an diesem Zimmer sehen, können wir online mit unseren Spezialisten kommunizieren. Und die Hypovereinsbank ist die Bank, die Sie als Partner wählen sollten, weil wir international agieren können. Wir können Sie in allen Belangen unterstützen und auch in den Finanzierungsbereichen. Und da gehen wir auch mit öffentlichen Fördermitteln gerne ran. Das ist für unser Haus kein Tabuthema. Da stehe ich auch persönlich für. Wenn ich persönlich in die Filiale kommen kann, nutzt einfach eine sichere Internetverbindung über Skype, um so online mit dem eigenen Kundenberater alles Wichtige zu besprechen. Eine weitere Neuerung sind die praktischen Geldautomaten, an denen nicht nur Geld abgehoben, sondern auch bequem eingezahlt werden kann. Die Kollegen und Kolleginnen der Hypovereinsbank freuen sich über den Besuch der Kunden in der modernen Filiale in Norderstedt.